Musik So jo, was geht ab jetzt am Start und heute mit einem weiteren Blick auf 2 live kommt euch heute sind wir unterwegs auf Express in TDR mit der Balista Jungs und der 7, 6, 5, 4 So, heute auf eine Sniper-Nuklear habt ihr euch ja richtig gewünscht über 3600 Likes von da am Start und dann gehe ich jetzt natürlich auf diese Sniper-Nuklear, es wird richtig schwer werden weil ich bin jetzt echt übelst der schlechte Sniper, also ich kann das wirklich fast gar nicht so klar ein paar Schüsse trifft man immer so, aber so wirklich guter Sniper bin ich gar nicht deswegen erwartet nicht so viel, dass ich jetzt hier so übelst die Feeds oder Quickscopes mache ich werde da eher ein bisschen hardscopen Oh oh K40 habe ich auch dabei für solche Situationen, falls ich mal den Schuss verfehle und der übel weit vor mir ist, dann werde ich die K40 eher benutzen So, da ist einer Jawohl So, wir brauchen erstmal eine Drone Okay, ich halte mich ein bisschen hier auf die Ferne auf Na, wo sind sie denn, ey? Die werfen hier überall Handgranaten hin, das ist gar nicht gut Geil, Drohne endlich So Wie es aussieht, hängen die alle da hinten rum Ich guck mal jetzt hier oben raus Ja Ah, Hitmarker Nein, der kommt hier, der kommt hier Oh Gut so Oh oh, da hängt noch einer Nice, ich glaub da kommt einer Ja So, ich muss hier weg, Jungs Ich will echt nicht so viele Ich will nicht K40 Kills machen, Jungs Aber was soll ich denn machen Wenn die so nah an mir rankommen Ich kann da jetzt nicht wirklich so Ich bin nicht so gut und mach da dann Quicksilp wie ein Facetip So, aber jetzt los Oh Mann Sorry, Jungs, ich mach so viele K40 geht's Egal, ich hoffe Dass es nicht zu viele sind, ey Fuck Der kommt Der leckt Oh nice Ich wollte den unbedingt mit der Sniper Und ich wollte den nicht irgendwie Die hängen da alle Okay, Drohne raus EMP raus Okay Wieso kommen die da nicht hoch, Mann Oh, ich bin so nervös, Mann Das gibt's doch nicht Ich bin noch nicht mal auf einer hohen Streak so wirklich Ich bin trotzdem schon nervös, ey Ja, Mann, nice Dreifach-Feed Läuft, Alter Geil Sind die da hinten? Ich weiß es nicht, Alter Oh, das kennt ihr gar nicht so von mir Das ich so defensiv und so spiel Okay, Orbit Nein Ey, Mann Hitmarker Nice, Jungs Wieder Triple-Feed Ja Ja Ja, Mann Nice Jungs Nein EMP raus Bitte lass mich durch, teammate Ich bin grad wie der Pussy, aber ist mir egal, Jungs Wie viel vor? Zwei vor, Jungs Bitte Bitte Bitte, Jungs, bitte Orbit nochmal Ja, Mann Sniper-Nuklear geschafft Sniper-Nuklear geschafft, Jungs Oh, oh Der ist vor mir Ich hab die Sniper-Nuklear geschafft Geil Nice, Mann Jungs, ihr glaubt nicht, wie glücklich ich grad bin Kommt der da noch? Oh, auch wenn ein paar Hardscops und so dabei waren Aber ihr wisst selbst, dass ich nicht wirklich ein guter Sniper bin Boah, das freut mich grad so sehr, dass ich die Sniper-Nuklear geschafft hab Ja, Mann Und Double-Feed in der 35-0-Sniper Das waren die übelsten Bobs Aber das ist halt TDM-Verhältnis Ich hoffe, es hat euch gefallen Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da Ich würd mich riesig für 3000 Likes freuen Für dieses Sniper-Nuklear-Gameplay, Jungs Ohne Scheiß, Alter Ich werd mich auf jeden Fall demnächst ransetzen Und für euch Wieder auf eine Triple-Nuklear gehen Ich hoffe, ihr freut euch Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da Schreibt einen netten Kommentar Ja, und das war's von mir aus Und habt noch einen schönen Tag Und haut rein Die Sniper-Nuklear-Gameplay Untertitelung des ZDF, 2020